Schönen guten Abend zum dritten Kölner Querpass. Ich darf vorstellen, von der linken Seite angefangen Raphael Wolf, Trainer vom FC Spardorf. Daneben Günter Lang, sportlicher Leiter von Löwenich-Wittersdorf. Dustin Tech, Spieler von Sportfreundin Glück auf Hammelrath. Daniel Kempf zur Zeit ohne festen Verein und Trainer von Glück auf Hammelrath, André Orten. Hallo. Ja, fangen wir mit dem ersten Thema an. Wir sind hier beim Gastgeber beim FC Spardorf. Deswegen geht die erste Frage an den Trainer des Heimvereins. Raphael, wie läuft es im Moment in eurem Verein? Ja, wir sind so, dass wir eine ganz junge Mannschaft haben. Wir sind mit der Platzierung, die wir jetzt im Winter belegen konnten, sehr zufrieden. Wir sind drei Punkte vom Platz 2 entfernt, damit haben wir absolut nicht gerechnet. Wir haben komplette Umbruch im Sommer gestartet und versuchen jetzt, das einfach zu bestätigen. Das ist unser Ziel und den Grundstein für die nächsten Jahre hier einfach zu legen. Wir haben hier im Verein aktuell mit unserem Platz ein bisschen zu kämpfen. Der Platz ist beschädigt, sodass wir keine Spieler aktuell hier austragen dürfen. Aber das regelt der Verein hervorragend. Der Vorstand ist da aktuell in dem Gespräch mit der Stadt und wir versuchen einfach, das Bestmögliche rauszuholen und dann einfach die Vorbereitung zu nutzen, die jetzt nicht langt, dann dem Ende bleibt, in die Rückrunde zu starten und das Ganze dann, wie gesagt, zu bestätigen und die Grundscheine für nächstes Jahr zu legen. Okay. Günther, du bist seit neuestem sportlicher Reiter in Möbelnich-Witterskopf. Wie kam es dazu und was hat dich dazu bewegt? Ganz einfach. Ich hatte noch in der eigenen Mittelrhein-Möbelnich dabei komplett trainiert und ja, dann war man halt unterschiedlicher, in der sportlichen Ausrichtung, unterschiedlicher Meinung und dann, ja, hat man sich getrennt. Ja, das war alles korrekt und da gab es keine Probleme. Zu Lönich-Wittersdorf kam ich in dem Fall, der neue erste Vorsitzende von Lönich-Wittersdorf, ein ehemaliger Arbeitskollege, informierter Carsten Schütz, der hatte mich schon länger mal angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sowas zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, kann man machen und so kam jetzt zu diesem Engagement. Ab 1. Januar und meine Aufgabe da hat Sportlicher Reiter, ich kann auch ein bisschen was sagen zur ersten Mannschaft. Höflich-Wittersdorf ist ein schlafender Riesen im Kölner Westen, sagt man so schön. 2520 Mitglieder, ja, eine sehr große Fußballabteilung und 8 Nebenabteilungen, was heißt Nebenabteilungen, aber auch der Schwellen-Abteilung mit ca. 30 Unterabteilungen. Da gibt es alles von Gohl bis hin. Aber entscheidend ist, dass auch der Vorsitzende da in Verbindung mit dem Abteilungsland, Herr Ralf Ritsch, ja, die Möglichkeit hat und auch sieht, dass man den Fußball jetzt ab dem Anlisten weiter im Stellenwert nach oben bringen kann, im Seniorenbereich, die erste Mannschaft mit dem Schiedlung Bauträgen, ist eigentlich ganz gut aufgestellt, großer Spielerkader, 32 Spiele hat er jetzt ein bisschen reduziert und hat die Saison eigentlich nur die Aufgabe, sich weiter ins Wiedelfeld vorzuschieben. Das schafft er auch, ein guter Trainer, da gibt es für mich keine Probleme. Nur die nächste Saison wird dann für ihn ein bisschen anstrengender. Wir haben Präsidenten mit Visionen, wie man so schön sagt, dann muss er ein bisschen die nächste Klasse her, würde ich mal so sagen. Das ist schon, das weiß auch der Gino und dementsprechend hat er jetzt die Zeit, sich zu arbeiten. Und ansonsten arbeite ich da im Jugendbereich, speziell sportlicher Leiter, ja, da ist das Schwerpunkt, die Ausbildung der Jugendlichen und vor allen Dingen erstmal die Ausbildung der Trainer. Momentan mache ich mir so ein Bild, ja, bin beim Training dabei, schau mal die Links an, sprich mit den Trainern und so, weil man muss ja auch ein bisschen planen für die neue Saison. Jetzt tut sich da nichts mehr. Und wenn es klappt, und das ist noch ein kleines Ziel, was wir haben in der Jugendabteilung, dass eine Mannschaft, in dem Fall ist das die D-Jugend von uns, der 2.7er-Jahrgang, die sehr souverän die Sonderstabler anführen, dass man die vielleicht in der neuen Saison, da ist das Ziel, auf jeden Fall, die 14 bis 16 Liga, dass man da mal ein bisschen was reinkommt. Man muss sich das ja auch so vorstellen, im Unterbereich, wirklich Wiedersdorf, ist das Ding natürlich durch das Neubaugebiet auch ein hohen, sehr hohen Zulauf, ab in der Fußballstadie, naja, wir haben da ungefähr, ja, harte Rissen, ja, dass die Kinder gerade entsprechend da herankommen. Die sogenannten Easy Kickers, die dort wagen, bis wieder Plätze frei werden, Katerplätze, in dem Bereich. Und ja, da geht es zu fördern und entsprechend aufzukommen. Okay, jetzt, ich will auf die erste Mal schauen, ob das Hauptziel eines Vereinsjahr, in welchen Lügen spielen, wenn bei euch die D-Jugend oder A-Jugend eine Rolle? Die B-Jugend, die A-Jugend, wir haben zwar eine riesen Jugendabteilung mit 33 Mannschaften, aber es gibt keine A-Jugend. Das ist ein Ziel, das auch für die neue Saison angegangen wird. Aber gerade in dem Bereich ist es immer ein bisschen schwierig, das wissen wir auch, die drinnen Kollegen hier auch, da erstmal Jungs zu aktivieren, die dann in der A-Jugend haben. Wenn wir jetzt in der A-Jugend mit Sextikern jetzt gehen, oder das wäre gar nicht mehr. Aber entscheidend ist, ist noch keine da. Trotz 33 Mannschaften ist das ein Ziel, da aufzubauen und das schaffen wir auch, glaube ich schon. Okay. Ansonsten, die B-Jugend spielt Sonderstaffel, die C-Jugend spielt Sonderstaffel, die D-Jugend spielt Sonderstaffel. Die sind in der höchsten Staffel des Kreises, die Jungs vertreten. Und das ist schon mal eine gute Grundlage. Ja, das können du Spieler, alles zu dem Team oder zu den Aufgaben und Zielen, wenn ich gleich deinen Trainer fragen habe, aber du bist Spieler. Wie zufrieden bist du bis jetzt mit der Vorbereitung, die er getroffen hat, oder die er jetzt praktisch absolviert hat, es geht ja bald los. Wie ist deine persönliche Einschätzung? Ja, die Vorbereitung läuft bisher relativ schleppend, das muss man schon so deutlich sagen. Ich glaube, da kann der André da noch gleich ein bisschen tiefer reingehen, um da ein bisschen mehr zu sagen. Ja, wir haben halt das Problem, dass wir am Ende der Hinrunde endlich mal den Kader beisammen hatten. Die ganzen Verletzten kamen dann irgendwann zurück. Da hatten wir eine kurze Serie, also hat vier meinen Freunden zu null begonnen. Und dann hat sie sich jetzt irgendwie am Anfang der Vorbereitung wieder so eingeschleppt. Ein Verletzter, einer ist im Urlaub, der eine hat, weiß ich nicht, Geburtstag von irgendwem. Es ist einfach wieder so ein bisschen hängen geblieben an den Jungs. Und das ist eigentlich schade, weil wir echt eine gute Tore haben, charakterlich einwandfrei, fußballerisch. Nichtsdestotrotz müssen wir da uns ein bisschen mehr zusammenreißen, zusammengreifen, und dass wir das ein bisschen professioneller annehmen haben, wenn es Amateurfußball ist. Ja, Daniel Kempf, Daniel Obers, bis zum Wintersportlicher Leiter bei Kürtel-Zilpich. Wie siehst du im Moment die ganze Fußballlandschaft? Ich denke, du beobachtest alles. Und kannst ja in den Erfkreis, den Kreis Eustkirchen, den Kreis Köln, Kätzliche aus. Wie siehst du im Moment diese ganze Fußballlandschaft überhaupt? Es hat sich ja sehr vieles verändert. Ja, auf jeden Fall. Also Kreis Eustkirchen ist sowieso sehr speziell. Kleiner Kreis. Ich sage jetzt auch mal, von den Staffeln her deutlich kleiner als der Erfkreis in Köln. Schwerpunkt A-Jugend habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren, 1995 in Zürich, auch miterlebt. Da hat sich auch einiges getan. Ich meine, wenn man heutzutage diese Spieler nicht mehr abholt, jetzt gab es noch einen Fahrdienst, ja, und dann wird auch keiner freiwillig kommen. Aber ich glaube, es gab einen Generationswandel. Im A-Jug-Bereich kann ich sagen, es ist nicht mehr so, wie wir das und ich. Wir hatten damals im Leben gemeinsam mit Zeiten gehabt, da hatten wir richtig noch getrandet. Heute muss man wirklich sagen, nach dem Motto, kommt jetzt, sonst sieht es heute schlecht aus. Aber ich denke schon, dass es da Generationswandel gab, wo man heutzutage froh sein muss, wenn man noch intakte 19-Jug-Jug-Jug hat. Und ich denke einfach, und dann auch den Übergang zu den Senioren ist auch nicht mehr so, wie es, glaube ich, früher gewesen ist. Ich glaube, die Seniorentrainer haben auch heutzutage eine Zufallessigkeit, Einstellung, ja, ist ihnen auch ein Problem, wenn so junge Kinder da zum Probetraining kommen, ja. Die kommen dann einmal und beim zweiten Mal fragen sie sich schon, muss ich denn auch noch mal heben, ja. Ich denke schon, dass es da auch einige Veränderungen gibt, ja. Ja, André, wir sind noch bei deinem Verein. Du spielst mittlerweile selber wieder. Wir haben dich zweimal gefilmt und du hast zweimal sogar ein Tor geschossen. Wie kam es dazu, dass du wieder spielst? Und wie bist du mit der Situation deiner Mannschaft in Hammelrad zufrieden? Zu meiner Situation jetzt als Spieler, wir haben uns ein paar Mal aus der Mannschaft zusammengesetzt, da wir ja sehr viele verletzt hatten, wie der Dustin auch eben berichtet hatte. Daraufhin haben wir mich halt angemeldet, eigentlich so ein bisschen als Notlösung, wenn wir zu wenig Mann sind, dass ich mich dann, ja, von der Bank aus immer wieder mal vielleicht reinbringen könnte, was eigentlich manchmal mein Anspruch ist, wenn ich ehrlich bin. Dann kam halt die Vorbereitung, wo Dustin ja auch eben gesagt hat, dass wir immer relativ wenige waren. Durch Urlaub, wir haben halt viele Studenten, die nicht aus Köln kommen, die fahren dann in die Heimat. Der eine fährt dann in der Vorbereitung, zwei sind irgendwie in der Sport. Das summiert sich dann immer wieder so, dass wir bei den Testspielen immer wieder, ich meine, du hast das ja selber mitbekommen, in Flitt hat, da haben wir auch nur zu 13 Mann, dass wir immer wieder, die haben eine geringe Anzahl von Spielarten, so ich natürlich dann immer wieder irgendwie doch wieder reingerutscht bin ins Spielerische. Und, ja, aus der Mannschaft kommt halt, obwohl ich es nicht ideal finde, aber da ein positives Feedback, weil ich vielleicht der jungen Mannschaft doch ein bisschen Rückhandhalt gebe, durch meine Erfahrungen auf dem Platz, durch vielleicht auch mein Mundwerk, was vielleicht ein bisschen lauter ist wie das eine oder andere. Ja, darum kam es jetzt dazu, es wird sehr wahrscheinlich jetzt auch am Anfang der Saison so laufen, in der Rückrunde, dass ich erstmal auf dem Platz stehen werde. Ja, weil wir schon eine Lösung gefunden haben, wie wir das koordinieren, mit draußen und drinnen, also dass wir da auch einen haben, der das von draußen kurz schubt. Okay. Ja, zu unserer Hinrunde, sehr durch Schwachsen, klar hatten wir viele Verletzte, Man muss uns aber auch dann ein bisschen den Vorwurf machen, dass wir vielleicht es verpasst haben vor der Saison, den Kader so breit aufzustellen, dass man die Spieler oder die Ausfälle denn so korrigieren konnten, wie wir das wollten. Das haben wir nicht hinbekommen. Oder wir haben uns von dem einen oder anderen mehr erwartet, wie er denn vielleicht gebracht hat. Den Schuh müssen wir uns, die Jungs, also die sich um die Kader getromatet haben, müssen die Jungs anziehen. Ich finde, nichtsdestotrotz, dass man in der Truppe, weil wir auch viele neue Halberinnen haben, immer wieder eine städtische Steigerung gesehen haben, wenn man, ich glaube, sieht, ich glaube, wir spielen schon sehr attraktiven Fußball, der leider oft nicht belohnt wurde. Also, schön fürs Auge, aber effektiv war er nicht immer, weil wir einfach auch so Möglichkeiten zu wenig gemacht haben. Wir waren teilweise vorne zu fahrlässig und hinten haben wir zu viele Fehler begangen. Was ich aber auch teilweise auf meine Kappe nehme, weil ich bin kein Trainer, der draufsteht, dass ich nach dem Spiel eine Heiz-Kausal habe, sondern ich will schon sehen, dass die Mannschaft fußballerisch alles löst, was nicht immer möglich ist, wo jetzt auch kein Zwang ist. Aber ich will schon gucken, dass wir gepflegten Ball springen, sodass die Zuschauer auch gerne kommen, dass wir Spaß an der Sache haben. Und ich glaube, da sind wir weiterhin auf einem guten Weg. Wir entwickeln uns immer weiter. Ich meine, das ist immer noch in den Testspielen, dass wir wirklich gegen richtig gute Teams fußballerisch auch mithalten können, wie jetzt das Beispiel Schlitt hat, was für mich absolut ein super Spiel war von uns, wo wir nicht ganz auf Augenhöhe waren, aber schon gut mithalten konnten und sehr viele Chancen erspielt haben. Unsere eigenen Zähler uns immer wieder bestraft haben, dass wir wieder das einladen Motor live passiert haben, wo wir dann aber auch nur drei, zwei verloren hatten. Für die Rückrunde ist ganz klar das Ziel, punktemäßig uns zu steigern. Das heißt, wir wollen in der Rückrunde mehr Punkte holen wie in der Hinrunde. Wir wollen gucken, dass wir den einen oder anderen Platz noch gut machen, dass wir so schnell wie möglich aus dem unteren Bereich rauskommen. Da bin ich aber auch extrem zuversichtlich, weil ich um die Qualitäten, die wir doch haben, die stimme ich einfach positiv. Und ich glaube, dass wir die ersten drei Spiele vielleicht jetzt benötigen, um uns ein bisschen Ruhe zu beschaffen. Und dann kann man dann auch nächstes Jahr in Ruhe planen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020